Leute, wir haben gedacht, wir nehmen auf, gell? Und dabei haben wir nichts aufgenommen, okay Leute? Okay, meine leuchtet bis dahinter. Wir sind jetzt hier beim Block, ich weiß ja, noch keine tausend Autos. Ey, wir sehen gar nichts, gell. Oder? Doch. Deswegen habe ich mich auch so gewundert, hä? Autohinderungs. Ja. Okay, wenn es größer ist, ist es halt viel besser, weißt du? Deswegen habe ich mich auch so gewundert, hä? Warum ist die Kamera so verpäckselt? Hey, jetzt auf einmal geht es ja wieder perfekt. Was sind denn die? Hä? Wie geht es besser so, Leute? Halt mal, da hinten. Es geht schon. Leute, ich habe jetzt mit dem Auto, da muss ich mal kurz so die... ...eine Hände wieder hin. Nein, so ein Auto. Leute, ich habe jetzt schon auch die Krebs, gell? Hä? Ich habe jetzt schon auch die Krebs, gell? Ja. Warte mal. Hä? Was ist denn der Funnel? Ja, man sieht nicht viel. Das ist der Funnel, ne? Ey, Leute, man sieht nicht... Sieht die von euch hin, da steht das der Funnel, ne? Nein, nein, da ist keiner mehr. Ey, das ist das Stand, Alter. Wollen wir lieber da außen langlaufen? Erstmal? Das ist ja zur Sicherheit nicht. Ey. Nee. Also es folgt. Heute klingt an zu regnen. Ey, das ist, das ist Horror-Mäden. Gerade hier. Traum war die Garten. Was ist das, die Siegerosche? Das lagert ein bisschen. Das regnet doch. Oh, leck mich. Ey, wollen wir nicht heimlaufen? Äh, Felix, komm. Nee, ich hab's doch gedacht, wir machen noch nicht morgen, aber... Boah, ist echt lang? Morgen. Morgen. Ey, Leute. Sofie, Leute. Ich nehm mich doch auf. Ja. Ey, Leute. Alter. Fünf. Ich stehe mir nachs Auto. Also, Leute. Ey, sofie, Leute. Ich ruf mal, um mich hinzufinden. Das ist eben noch richtig... Oh, Digga. Das ist wohl... Das fängt noch richtig an zu regnen. Tschüss, Leute. Tschüss. Digga. Ey, komm. Leute, Leute. Ich fang jetzt doch auf zu regnen. Halt mal. Warum, Leute, Leute? Alter, bis... Wir machen noch. Wir machen es morgen. Wie morgen ist... Weißt du, was das schon morgen ist? Ich weiß nur, die... Aber wir laden das. Oh, Scheiße. Aber wir laden das trotzdem. Ja. Ey, Leute, wir laden... Leute. Leute, es ist so klein. Creepy, gell? Spack, Digga. Genau. Spack, Spack. 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 Geht so ein Spacken im Rennen. Alter. 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 Geh oben. Ich dachte, ich hab da wieder was nachvollkommen. Guck ich, da warst du was Spatzes. Und ist da drüber gegangen und hat sich hingeduckst. Das ist kein Spaß jetzt. Wir fähigen es nicht. Ja, Leute. Da ist hinten das Fenster offen. Ja, da hinten ist das Fenster offen. Da hab ich schon ein Video gemacht. Kann da nicht hochladen, oder? Ich hab's vergessen. Schade. Ich hab's vergessen. Ja, egal. Weil sie mir nicht glaubt, dass es regnet. Das Auto hier. Hier ist... Ich glaub, der Auto ist okay. Hier kommt was ein bisschen nass. Und Leute, wir würden sagen, wir beenden jetzt das Video. Nein, nein, nein. Wir laufen noch ein bisschen. Sonst geht der Speicher auch voll. Okay. Dann... Ja, Leute, wir beenden jetzt das Video. Aber nee, nicht beenden. Wir werden jetzt sagen, wenn die Kamera jetzt einfach ausgehen tut, wegen dem, seinem Speicher. Ja, deswegen sagen wir schon mal schau. Dann werden wir sagen, Leute, lassen wir uns jetzt erstmal mit diesem Video, Leute. Ciao. Aber Leute, wir lassen uns die Kamera an und reden noch mit euch. Ihr kennt ja diese. Aber sonst ist ja das Video jetzt vorbei. Gut. Alna, Felix. Ey, das ist kein Spaß. Aber ich mach noch, gell. Fickst du da oben auf die Seite? Äh, wie sieht das Auto an? Wieso? Oh, das war 3. Wie lange hat's noch... Oh, ey. Stell dir vor, das war Game. Oh, so ein Erzählen, das war ein Stück. Hol ich mir später? Oder... Oder... Oder irgendwie, wie ihr meint es nicht. Weil mein Ziel ist. Wenn ihr das Nummernschild sieht, weil... Weil... Ich denk grad woanders. Also wenn wir's nicht zensieren. Wir wohnen hier eh nicht. Also wie ihr seht, wir wohnen hier. Guck, Leute, wir wohnen hier nicht. Ja, trotzdem. Wir haben hier keine Parkplätze. Ah, Digga. Oh, der braucht gerade auf dein Kopf. Ah, Digga, wollen wir mal eingehen? Ja. Eingang. Ja, ich guck, wenn das auch macht, was geht. Hey, Leute. Komm, meine Kamera kann doch noch. Da oben auf diesen, ganz oben bei der letzten Tausendestreckung. Da hab ich so geguckt, auf einmal war da so ein schwarzer Mensch. Da war da, immer ein Tür, raus und dann rüber zur, also rüber bis zur nächsten Wand. Dann hat er sich geblückt. Hey, Leute, aber das eine Fenster ist offen. Wie kann's eigentlich... Und alle Türen im Raum sind sozusagen offen. Ja, du kannst ja noch viel Lüge, wenn du so viel in der Straße kennst. Ja, ist so, ist so. Aber wie kann's... Man kann's hier nicht von hinten aufmachen und nicht von außen. Ich denk, wir haben da ja alles abgeschlossen. Sag dir mal, da war halt vielleicht so ein armer Mann, Leute. Aber es regnet, Leute, wenn du nicht so richtig hab. Sag dir mal, da war halt so ein armer Mann. Dann hat er halt keine Wohnung, so, da. Dann haben alle halt die Häuser verlassen, also dieses Haus, diesen Block. Und dieser Mann hat halt diese Fenster angekippt. Und danach, ähm, wie soll ich sagen, wie heißt das, ähm, dann ist er reingegangen, weil es halt so ein Straßeschläger war.